Mit dem Internet der Dinge und Dienste erleben wir den Beginn einer neuen Ära. Grundsätzlich bezieht sich das Internet der Dinge auf die Vernetzung von allen Alltagsgegenständen, die über Sensoren und eigene Rechner verfügen, sodass sie untereinander und mit dem Menschen kommunizieren können. Das Harting House of Integrated Industry bietet folgende Werte. Systemlösungen und Beratungen, Anwendungslösungen und Dienstleistungen. Innovative Komponenten und ist Teil der internationalen Geschäftsstrategie. Dies basiert auf einem skalierbaren, sicheren, zuverlässigen Netz für unsere Kunden und Partner. Der Schlüssel zur Marktführerschaft im Internet der Dinge und Dienste ist die Erfassung zusätzlicher Daten, die Ableitung von Informationen über den aktuellen Status und die Prognose der künftigen Entwicklung. Auf der Basis dieser Informationen können die Prozesse effizienter und ressourcenschonender gestaltet werden. Gleichzeitig muss man den Markt ständig nach disruptiven Technologien und Geschäftsmodellen beobachten. Wenn Kommunikation, Teamfähigkeit und innovatives Denken manche unserer Stärken sind, können wir unsere Ziele erreichen und gemeinsam neue Chancen nutzen. Um das zu schaffen, brauchen wir die Unterstützung und das Engagement von Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Beschaffung, IT und dem ganzen Team. Um Harting, Integrated Industry for You, in der Praxis realisieren zu können, müssen wir einen ganz anderen Ansatz wählen. Harting im Internet der Dinge und Dienste bedeutet Erweiterung des digitalen Harting-Produktangebots Neues Kundeninterface Neues Lieferanten- und Partnerinterface Breitere Ausrichtung Skalierbare, sichere und zuverlässige Netzwerke Und eine ständige Geschäftsmodellüberprüfung Harting, Integrated Industry for You Oberst jersey für Yourug Normann Schöpflü scenes Schöpflü 考ern Andrew Rich Christian comparisons Keh Schlöpflü 逢